Willkommen zu der Erklärung der beiden Ratschuproben. Mit dieser Untersuchung kann man mittels Blickdiagnose den Durchblutungszustand der unteren Extremitäten beurteilen. Man fühlt sie bei Verdacht einer peripheren Arteilenverschlusskrankheit der PAVK durch. Als erstes bittet man den Patienten, der auf dem Rücken liegt, die Beine senkrecht in die Höhe zu strecken und die Füße für ca. 2 Minuten zu bewegen. Wenn ein Arteilerverschluss vorliegen sollte, würde man schon während der Bewegung ein Verblassen sehen können. Zudem kann die Minderdurchblutung recht schnell schmerzhaft werden. Danach bittet man den Patienten, sich an den Rand der Liege zu setzen und die Beine frei baumeln zu lassen. Dabei beobachtet man die Rötung, die im Normalfall nach 5 Sekunden eintritt. Ebenfalls sollten sich die Venen in der Zeit gefüllt haben. Lässt die Rötung und die Venenfüllung länger auf sich warten, deutet das ebenfalls auf eine Minderdurchblutung hin. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten und wünschen viel Erfolg beim Selberuntersuchung.